Ein ungeborenes Kind macht dieselben Erfahrungen wie seine Mutter. Die Nachbarn reden von ihm wie von einem Phantom. Diese alten Leute haben ihn versteckt gehalten wie so eine Art Familiengeheimnis. Wie ist dein Name? Powder? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Die Tests sagen, du bist ein Genie. Sie haben die höchste Intelligenz, die jemals bei einem Menschen festgestellt wurde. Sie haben mich hierher gebracht, obwohl sie wissen, dass ich hier unglücklich bin. Sie fragen sich, ob sie alles richtig gemacht haben. Du kannst doch Gedanken lesen. Du siehst sonderbar aus. Du siehst aus wie eine Art Vampir. Wie von einem anderen Stern. Was soll denn das werden? Ein sauberer Schuss, mitten durchs Herz. Er hat einfach nicht erkannt, was er tat. Ich habe ihm geholfen. Das Reh bewegte sich noch. Er legte seine Hand auf das Tier und gleichzeitig griff er nach mir. Was auch immer in dem Reh war, er übertrug es direkt auf mich. Ich konnte fühlen, wie das Tier starb. Ich weiß nicht, was sie da machen. Und ich bin nicht mal sicher, ob sie wirklich etwas tun können. Aber ich brauche unbedingt ihre Hilfe. Sie glaubt, ich bin ein Engel, der sie nach Hause zurückbringt. Nach allem, was wir aus der Wissenschaft über den menschlichen Körper wissen, ist das, was in diesem Klassenzimmer passierte, einfach unmöglich. Findest du mich hässlich? Ich finde, du hast das schönste Gesicht, das ich je gesehen habe. Vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, dass du alles verändern wirst. Vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, dass du alles verändern wirst.